Schade um den einen Fehler. Ein Zeitfehler ist auch noch 5 Punkte, aber trotzdem war es eine coole Runde, Philipp. Doch, ich bin eigentlich super glücklich mit der Leistung, was man im Fährt gebracht hat und dass es so super funktioniert hat. Leider wieder ein bisschen unglücklich, schon wieder mit einem Fehler, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Der Parcours, wie war er für dich? Doch, war halt schon ordentlich schwer. Gibt, glaube ich, auch genug Fehler. Fordert alle Reiter schwer durch. Und doch, auch schön zu sehen, dass wir das so eigentlich noch mitmachen können. Wo sind für dich die Clippen gewesen in der Runde heute? Gut, es gab, finde ich, viele Clippen. Gerade auch die Kombination, wo ich einen Fehler hatte. Da war der Ochser doch sehr breit hinten raus. Und kam leider auch ein bisschen zu ruhig rein. Er hat die Weitern nicht gekriegt. In der letzten Linie gibt es dann sehr viele Fehler. Doch ein bisschen knifflig am Schluss mit der Wahldistanz zwischen 4 und 5. Und natürlich ist die Zeit sehr knapp. Darum muss jeder auch ein bisschen aufs Tempo drücken. Und das führt natürlich auch zu mehr Fällen. Das heißt, jetzt hoffen wir, dass du eine Runde weiterkommst? Genau, ich hoffe jetzt, dass ich irgendwie noch unter die besten 25 Rutschern Sonntag noch einmal mitreden kann. Passt, dann rücken wir da für die Räume. Danke.